Nur von einem Facelift zu sprechen, scheint VW zu wenig zu sein. Sie präsentieren hier vollmundig die zweite Generation des ID.3. Hm, naja. Aber dass sich viel und auch durchaus mehr als bei den meisten anderen Facelifts getan hat, ist dennoch nicht von der Hand zu weisen. Starten wir beim Design. An der Front fallen vor allem die nun größeren lackierten Flächen auf, die aus einem überarbeiteten Stoßfänger resultieren. Zudem wurde die schwarze Leiste unter der Windschutzscheibe entfernt, wodurch die Haube jetzt länger wirkt, während Vertiefungen an der Seite die Front zusätzlich strecken. Nicht nur rein optische Verbesserung, entsprechende Öffnungen in der neuen Schürze erzeugen nun einen R-Körten um die Vorderräder. Gemeinsam mit der elektrischen Kühlersalusie im Vorderwagen soll so ein CW-Wert von 0,263 erreicht werden können. Am Heck hingegen warten neue Leuchten, die jetzt nicht nur optisch in die Heckklappe ragen, sondern dort tatsächlich auch leuchten können. Ebenfalls neu ist der Wegfall der verspielten Grafik auf der C-Säule und der auch auf den Bildern bzw. hier in Bewegung zu sehende Farbton Dark Olivine Green. Das Dach ist übrigens immer in schwarz ausgeführt. Deutlich mehr getan hat sich im Interieur. Hier wurde sowohl an Optik, Verarbeitung und Materialien, wie auch der Ausstattung gearbeitet. Die größte Baustelle war dabei wohl der allgemeine Qualitätseindruck. Dieser wurde nun durch den großzügigen Einsatz von unterschäumten Oberflächen und Stoffüberzügen verbessert. Dazu kommen Maßnahmen wie neu modellierte Türen mit weicheren sowie größeren Oberflächen und farblich abgesetzte CNC-Ziernähte. Zudem ist die Innenausstattung nun durchgängig tierfrei. Das Lederlenkrad wurde gegen eine vegane Alternative ersetzt. Gleichzeitig wurde der Anteil von Recyclingmaterialien erhöht. Für die Türverkleidungen und Sitzbezüge etwa wird das Mikrofasermaterial Art Velour Eco verwendet, das zu 71% aus Rezyklat besteht. Gemeinsam mit dem Facelift des ID.3 launcht VW auch eine neue Softwareversion für den kompakten Stromer, die zahlreiche Features hinzufügt, die sich E-Fahrer schon lange von den Wolfsburgern wünschen. Neben Plug and Charge ist nun also auch ein intelligenter E-Routenplaner im ID.3 eingezogen. Er berechnet auf einer längeren Strecke die Ladestopps so, dass das Ziel möglichst schnell erreicht wird. Dabei bezieht das System neben dem Ladezustand der Batterie auch die aktuelle Verkehrslage und die Prognosen ein. Die Bewertung der Ladestopps erfolgt dynamisch und richtet sich nach der Leistung der Ladesäulen. Im Ergebnis kann die Routenplanung zwei kurze Ladevorgänge mit hoher Leistung statt eines einzigen langen Ladevorgangs mit niedriger Ladeleistung vorschlagen. Zudem werden besetzte Ladezäulen erkannt und somit erst gar nicht vorgeschlagen. In Sachen Screens wartet hinterm Lenkrad nach wie vor ein Fahrraddisplay mit einer Bildschirmdiagonale von 13,4 cm bzw. 5,3 Zoll, während auf dem Armaturenbrett jetzt serienmäßig das große 30,5 cm, also 12 Zoll, große Touchdisplay für Navigation, Telefonie, Medien, Assistenzsysteme und Fahrzeugsetup thront. Auch bei der Menüstruktur des Over-the-Air-update-fähigen Systems verspricht man Besserung. Das Lademenü etwa befindet sich nun auf der ersten Ebene des Touchdisplays. Und apropos Ausstattung, wie schon vor einiger Zeit in einer Preview-Meldung auf unserer Website vermutet, ist nun auch für den ID.3 das aus dem Cupra Born bekannte Beats-Soundsystem bestellbar. Wie damals allerdings auch schon befürchtet, bleibt uns die nicht beleuchtete und eher mäßig funktionierende Touchleiste für Temperatur und Lautstärke und am Infotainmentscreen auch nach der Modellpflege erhalten. Gerüchten zufolge dürfte diese allerdings ebenfalls noch im Jahr 2023 endlich einer besseren Version reichen, sobald der ID.6 bzw. ID.Aero, wie er als Konzeptfahrzeug hieß, die neue Hardware erstmals in den Markt bringt. Auch bei den Assistenten wird aufgerüstet. Wie schon aus anderen aktuellen VW-ID-Produkten bekannt, wird indessen auch beim ID.3 optional auf den Travel Assist mit Schwarmdaten gesetzt. Damit kann der ID.3 nun nicht nur öfter die Spurführung übernehmen, sondern auch auf der Autobahn beim Spurwechsel unterstützen und dank K2X-Kommunikation im Umkreis von bis zu 800 Metern lokal in Sekundenbruchteilen mit anderen Autos Infos zu Unfallsituationen und stehenden Verkehr austauschen. In Sachen Technik bleibt soweit alles beim Alten. Nach wie vor gibt es den ID.3 nur in einer Motorisierung. Mit einer permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse und 150 kW bzw. 204 PS in alter Währung sowie bis zu 310 Nm Drehmoment. Auch die Akkugrößen bleiben unverändert. 58 und 77 kWh stehen zur Wahl. An einer Schnellladestation kann die 77 kWh Batterie des ID.3 Pro S bei einer Ladeleistung von bis zu 170 kW innerhalb von 30 Minuten von 5 auf 80% geladen werden. Der ID.3 Pro mit seiner 58 kWh Batterie hingegen benötigt mit einer Ladeleistung von bis zu 120 kW 35 Minuten für dieselbe SOC-Änderung. Der Spurt von 0 auf 100 gelingt dem Pro S in 7,9, dem Pro in 7,3 Sekunden. Beide sind bei 160 kmh abgeregelt und bringen ein Kofferraumvolumen von 385 bis 1267 Liter mit. Detaillierte Infos zur Preis- und Verfügbarkeit fehlen noch. Der Startpreis für den neuen ID.3 steht allerdings schon fest. 44.390 Euro nach Steuern werden in Österreich mindestens für ihn fällig. Ein ordentlicher Sprung im Vergleich zu den 34.090 Euro, zu denen der erste ID.3 einst startete. Aber gut. In Sachen Verfügbarkeit zitieren wir an dieser Stelle noch einmal die Ausführungen von VW Österreich aus dem Dezember 2022. Aufgrund der aktuellen Versorgungssituation mit Halbleitern und dem bereits bestehenden Auftragsbestand geht Volkswagen davon aus, dass der ID.3 Pro Modelle Live Business Style und das ID.3 Pro S Modell Tour nicht vor dem 4. Quartal 2023 ausgeliefert werden können. Gemäß der aktuellen Planungen wird zu diesem Zeitpunkt bereits der ID.3 in seiner weiterentwickelten Version produziert. Daraus folgt, dass zum Zeitpunkt der Auslieferung nicht mehr das am Tag der Bestellung im Konfigurator bzw. Vertrag abgebildete Fahrzeug, sondern das bereits weiterentwickelte Modell des ID.3 geliefert wird. Das Fahrzeug kann bis auf die nachfolgend aufgelistenen Punkte zugunsten der Kundinnen und Kunden vom Bestellumfang abweichen. Das Bezugsmaterial der ID. Lenkräder aus Leder wird durch eine hochwertige Ledernachbildung ersetzt. Die WLTP-Verbrauchs- und Reichweitenangaben der Fahrzeuge können aufgrund der weiter oben beschriebenen Weiterentwicklung des Designs von den aktuell angegebenen Werten um bis zu 2% abweichen. Heißt zusammengefasst, wenn ihr hier und heute einen ID.3 bestellt bzw. in den letzten Wochen bestellt habt, eigentlich seit Dezember des Vorjahres, habt ihr zwar offiziell einen alten bestellt, bekommt allerdings einen neuen, weil die Preise schon geändert wurden. Soweit so gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war's fürs Erste zum ID.3. Sobald wir einen Wagen in der Redaktion haben, wird er natürlich wie gewohnt dem üblichen Test unterzogen. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020